Fühlt Oscar Preisträger schon Penn, ein neues Herz flimmern? Der mit seinen jugendlichen 62 Jahren sehr unternehmungslustige Hollywoodstar ist offenbar wieder mal von Amors Pfeil getroffen worden. Ein Jahr nach der Scheidung von seiner letzten Ehefrau Laila George bummelte er schwer verliebt und im lässigen Freizeitlook mit der ukrainischen Schauspielerin Olga Korotjajeva durch die Straßen von Rom. Dabei dürfte auch ein bisschen Shopping in der Via Condotti beim Juwelier nicht fehlen. Nachdem man zunächst bei Bulgari offenbar nicht das Richtige fand, muss es bei Tiffany geklappt haben, was die Shoppingtüte bewies. Es muss Liebe sein und es dauert wohl schon ein paar Tage. Die beiden Lovebirds wurden bereits vor ihrem Romausflug im Restaurant Nobu im Malibu gesichtet. Schwere Nöter schon Penn war in erster Ehe mit Madonna verheiratet. Drei stürmische Ehejahre, wie man sich vorstellen kann. Danach heiratete er Schauspielerin Robin Wright, mit der er sich über Tochter Dylan und Sohn Hopper freut. Als diese Familie in die Bücher ging, folgte eine zweijährige Liaison mit Filmstar Charlize Theron und da soll es wild zugegangen sein. Als man sich plötzlich nicht mehr verstehen konnte, lief ihm Laila George über den Weg. Die Romanze dauerte auch nur zwei Jahre. Man ist gespannt, wie lange das Feuer mit Olga brennt.